Okay, und weiter geht's, liebe YouTuber. Wir haben auf jeden Fall einen Firewarn gekriegt. Geil, ein Feuerzeug. Einen neuen Hut. Okay. Oh, Fire Damage increased. Das ist gut. Und wir haben den Mage's Ring of Protection. Yes. Und wir haben eine neue Friend Request. Das ist genau, Cartman ist jetzt mein Freund. You're like a dumb badass. Ja, gleich erstmal gehackt worden. Ja, auf geht's. Oh, wir haben Buddhas dabei. Oh, tote Elfen. Looten. Okay, Buddy, komm mal. Hey, I'm healed. Except for on the inside. Okay. Kommen wir hier rein? Nein. Okay. Wir müssen auf jeden Fall schauen. Da kommen wir rein. So. Auf geht's. Blöde Ratte, blöde. Bella, du kommst ein bisschen zu spät auf den Stream. Du hast die Nazi-Zombies verpasst. Geht, das ist ein Mensch in hier. Die Elfen sind verrückt. New Message von Cartman. Get to the Lobby, flank their defense. Why doesn't this game have real murder? This game sucks. Okay. Was sieht danach aus, als wenn wir unseren Weg hier wieder... Warte mal, er war... Wop. Schauen wir mal. Hier geht's weiter. Oder auch nicht. Huh. Oh, Tweak. Ich liebe Tweak. Hahaha. Vielleicht... Also, ich denke, wir sehen auf jeden Fall noch Nazi-Zombies. Später. Bella, also... Einfach dranbleiben. Fuck this shit. When I close my eyes, I see my friends screaming faces. Boiling oil in your face. Really? We fortified this shit. Uhhh. End of the line, Bucker. Pull that. Pull, der will noch nicht mal kämpfen. You're going down. Okay. Prepare to die, you kid. Da kommen wir durch unsere Arschsonde weiter. Beg for mercy. I kill your friends. You are fucking dead. Nein. Okay. That's hot lava. You're dying right now. Wie kommen wir hier durch? Drow Barricades are invincible. And invisible. Huh. Okay, wir sind hier. In der Wand. In der Wand. In der Wand. Danke, Bella. Prepare to die, you kid. Nee, aber eventuell geht das mit dem. Oh, immerhin, schöne 20er Combo. Oh, immerhin, schöne 20er Combo. Oh, immerhin, schöne 20er Combo. Ah! Feel the dragon breath! Oh, wait. Wait, wait, wait. Wir haben Power da. Power Potion. One more Professor Chaos Blocks. Oh, fuck. Kost 15. Na gut. Nächste Runde. Der steht aber auf Reflecting. Goddammit. Jetzt muss ich was anderes nehmen. Hammer of Storms. Suck it. Hey, I block it. No, 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 no. No, 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 no. Uh... Uh... Okay, wir nehmen eine große Power Potion. Ich will Professor Chaos nochmal haben. Da ist er. Let's see how you like healing with me. Okay. Eins? Kidding me? Are you freaking kidding me? Okay, da ist nichts mehr frei. Wir haben noch Magic. Äh... Stop dicking around. Ah... Immerhin. Hat geholfen. Necromancer Gloves. Yes. Gucken wir uns natürlich gleich mal an. Necromancer... Ah, Level 9. Hm. Nett, nett, nett. Ich freue mich da auch drüber, Bella, dass das Let's Play doch machen kann. New Message from Cartman. Commander Douchebag, we're still blocked out here. I'm authorizing the use of deadly force. Flank the barricade. Yes. Ah! Motherfucker! Äh... Okay. Er hat einen Ventilator, um meine Furze zu blocken. Du Sacknase. Kommen wir hier hin, Alter? Nein. Äh... Ich sehe aber... Ah... I see, I see. Ich glaube nicht, dass er befreundet sein will, die blöde Ratte. Und du kriegst einmal Professor Chaos in die Fresse. Ich finde diesen Spell so geil. Ich finde diesen Spell so geil. So übertrieben. Na sicher, Bella. Hau die Tipps raus. Ich sehe die Bude. Diese sind die Körbe. Ihr solltet sein. Ihr solltet sein. 1,1 Monat. 1 Monat. 2,1 Monat. 2,2,2,2,2,2,2,2,1? 0,3,2,2,2,3,2,2,2,2,3,2,2,4,7,4,4,4,5,4,5,5,5,5,5,6,6,5,6,7,6,7,7,5,5,6,6,5,5,6,6,7,7,2,1,1,2,2,1,1,1,2. Nein, kill the alien probe Snowball patch, auch sehr nett Klar, hau die Tipps raus, Späler Wie gesagt, immer gerne Die Tipps raus, Späler Die Tipps raus, Späler Oh Gott, ja, Nazi-Zombies Ah, Blocken verteilt Come on, Professor Chaos You get it? Let's see how you like dealing with me Ah, ha, ha, ha Ah, ha, ha Ah, ha, ha Ah, ha Hold on, ha, ha Ah, ha, ha Ah, ha, ha Ah, ha Ah, ha Ah Ah Auf jeden Fall Auf jeden Fall Zeit Mal ne Achso ich bin Gross Ah ok Also erstmal Erstmal Cure Sooo und dann schauen wir mal weiter Ja 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 Äh Bist auf jeden Fall eingefroren Mein lieber Nazi-Zombie Okay Power 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 Ähhhh Power Potion da Ok Professor Chaos geht noch nicht wieder Aber Ja 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 Strength Darkros Nein Power 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 Da Reicht noch nicht ganz aber wir haben den Ne Den da Verkackt 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 Wir machen den jetzt platt Äh Mana 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 Power Ähh Dragon Shout Ah Dragons Breath For all the school Another victory for the good guys Yay The good guys Holy hammer of smiting Holy hammer of smiting These sind jetzt alles Nazi zombies Die Als targets defense Ist aber von Schaden her ein downgrade Das kann ich ja leider nicht geben Oder gips da einen weg Claw marks Ja, nice Take it, save it Ist ok, Bela, du kannst so viel spammen, wie du willst Ja, ja, the German exchange student Sieg Heil Sieg Heil Geteiltes Deutschland Sieg Heil 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 Ah egal Dann fighten wir einfach Immer auf Buddhas Wo ist die Cure Potion Cure Potion Cure Potion Cure Potion Da So Professor Chaos Income Let's see how you like dealing with me Und eure Kohle So 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 Ich glaube nicht, dass das so ist, dass das so richtig geht. Wie es wir brauchen, war Power. Power Potion. Ich will ihn auf jeden Fall erst mal gestunt lassen. Holy Dammit. Power, Power, Power Potion. Das müsste irgendwie geordnet sein. Da. 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 Das geht so nicht. Wir brauchen Power. das dauert sonst viel zu lange und er ist schon am channeln irgendwas na super ich freue mich tierisch fuck 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 wow okay high potion large bitte okay badass healing touch Tsch, auf jeden Fall. Mal wieder ein bisschen... BADASS! Autsch! Okay, Tempo dran, Feuer, Bela. Okay, gut, dann machen wir das. Aber gut, dass ich gespeichert habe. So, wir ziehen uns nochmal um. Äh, da. So, alles richtig, alles gut. Nochmal kurz saven, damit wir den ganzen Scheiß, falls wir jetzt nochmal verlieren, nicht nochmal machen müssen. Upgrade available. Wo? Welches Upgrade? Noch besser! Noch besser! Ja! Ja! Ja. Ja, auf jeden Fall. Take it. Dann müssten wir eigentlich den... Der Klingonenbart. Der muss einfach sein. So, hier haben wir den Basketball. Das ist okay. Alles klar. Ach, wir haben hier ein Upgrade. Okay, was macht der? Äh, da haben sie ja enemies Afflicting Attackdown. Ja, Sockel... Ich hab gesockelt! Ach, scheiße! Nein, ich hab nicht gesockelt! Ha, Bela! Danke! Wieder! Hier, der nächste. Casting-Anhalt sollte es gut. Sockeln nicht vergessen. Ja, sollte man vielleicht tun. Doch, warte mal. Hier hab ich gesockelt. Hab ich hier gesockelt? Nee, natürlich noch nicht. Äh... More Shock Damage. Additional Money. Kill an Opponent. Die Shock Damage. Do 5 more Damage. Wir machen auf jeden Fall den da rein. Und ich hab ja ohne Ende Shock Damage dabei. Frost Damage. Mini Weapons Inflict. Mini Weapons Inflict. Frost Damage. Equipped. Haben wir den bei schon? Nein, haben wir nicht. 1 PP. Adds 50 Shock Damage. 10 Shock Damage. Ignore Abzusicht. Hm. Ich bin eigentlich... Wo ist der? Da. Ein Power Point wieder zurück. Ich will eigentlich ein paar Power Points kriegen. Habe ich hier schon was drin? Auch noch nicht. Adds 5 Damage. Nein. Nein. Haben wir was mit... Power Point? Nein. Aber wir haben... Adds 20 Gross Damage on the Perfect Attack. Adds 10%. Ich glaube wir sind schon in der Richtung wo 10% fast mehr sind als die 50. Okay. Also nochmal saven. Damit wir den ganzen Scheiß nicht normal machen müssen. Geht ja Gott sei Dank schnell in dem Game. Oh. Jetzt sind wir... Harry Potter für Erwachsene. Go for it! Okay. Wir können erstmal Funnel of Frost. Dann natürlich Professor Chaos. Let's see how you like dealing with me. Vela auf jeden Fall könntest du mir mal sagen wie man Channeln auffällt. Das habe ich nämlich irgendwie im... Tutorial verschlafen. Also falls du das weißt. So und Feuer sagst du. Sind die Schwachgegen. Na gut. Geht. Äh... Tempotrank sagtest du auch noch. Versuchen wir alles? Hallo. Hallo Nico. Herzlich willkommen. Niko benimm dich. Niko benimm dich. Kein Bock. Sorry Leute. Auch im YouTube Video. Ich musste mich ganz kurz um ein... Arschloch kümmern. Denn Arschlöcher will ich nicht auf meinem Stream. So. Power, Power, Power. So. So. Findet euch das. Und. So. 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 positive appellieren er war bestimmt tipptorett krank oh gott ich habe einen kranken behinderten menschen gerade diskriminiert kurz für die youtube zuschauer da war jemand der meinte im chat gerade ein bisschen scheiße schreiben zu müssen den musste ich gerade erst mal kurz rausschmeißen deswegen die kurze unterbrechung aber sowas geht fix dragons breath du hast mir nicht gesagt wie ich reproduktion aufhalten kann scheiße scheiß die wand an was habe ich getan ich habe doch eigentlich alles geht schief alles geht schief ich kann jetzt ein verdammt poentang jetzt Ah, ich bin für Akyln, okay. Oh Gott, der Kampfter nimmt all meine Power Potion weg, ich sehe das jetzt schon. Oh Gott, der Kampfter nimmt all meine Power Potion weg. Rewive, Rewive, Rewive. Ah. goddammit Revive Nee, Bela, ich glaube, dass Weak heißt, dass der Angriff mehr Schaden macht. Weil wenn du gerade die Zahlen gesehen hast, dachte ich... Also da bin ich immer von ausgegangen. Ja, das heißt doch, dass der Gegner schwach gegen das ist, was ich jetzt mache. Warte, guck mal. Ich fand den Damage jetzt nicht schlecht. Autsch. Ja, zumindest einen davon habe ich gleich. Autsch. Wenn ich mir jetzt angucke, was Dragon's Breath macht, guck mal, der macht 65 und 368 am Ende. Also... Hm. Ja, keine Ahnung. Und 655 waren natürlich, äh... Die waren gut. Okay, 129 am Ende. Ach, komm. Dann, komm. Da, was gider ich... Ja, guck mal. Naja, das sind weiß ich... Nein! Yes, finally. Ha. Du brauchst nicht, Bela, du brauchst nicht unter dem PC-Tisch heulen zu sitzen. Kann jedem passieren. Ihr schafft. Das ist das Wichtigste. Wir haben es hier schafft. Der war auf jeden Fall krass. Der war eine krasse Nummer. Wait a second. Da können wir nicht rein. Die Großbuchstaben mag mein Moobot nicht, liebe Bela. Wow, wow, wow. Da ist der Loot. Nein, kein Problem, Bela. Das ist sowieso nur ein Chatbot, der ist nicht böse. Da ist er. Da ist er. Ich habe vieles Dachshed, Douchepag. Damage scan, du Dirty Elf. Target locked. I never miss twice. Stay still. Lock and load. Ich mag es, wenn ich rocke. Okay, vielen Dank. Aber wie gesagt, der Bot zählt halt die Anzahl der Großbuchstaben. Nicht was drinsteht. Wie geil, die auch gucken. Das tat wirklich weh. Das tat wirklich weh. Quatsch, Spieler. Ach, Quatsch. Power, Power, Power. Oh, meine letzte Power Potion. Nee, das können wir nicht machen. Das können wir nicht bringen. Können ihn zwar heilen, aber können nicht die letzte Power Potion verbrauchen. Die Post, äh, okay. Boah, ich hätte mehr einkaufen sollen. Echt? Ah, der steht auf Reposting. Shit. Fuck, 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 fuck. Habe ich nicht dran gedacht. Ja, Facecam ist was feines. Fehler. Okay. Was hier? Ach so. Oh, das war's. Oh, das war's. Ach so, hurry, open the door before they know what's happened. Auf geht's! Oh nein Sparky ist da! Red Rocket, Red Rocket! Red Rocket, Red Rocket, Red Rocket! Haha! Oh nein, 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 nein! Au, verdammt. Der tat echt weh. So, gucken mal. Guck mal, erstmal ein bisschen einfrieren. Okay. Warum kriegt der immer nur einen Schaden? Ah, der kriegt da ein bisschen mehr. Der Banachs kann sich selber heilen. Okay. Oh, das war jetzt auch nicht so geil. Auf jeden Fall ist er gestunt. Er war gestunt. Oh, ha! That was close! Um... Oh, oh, oh. Stop, asshole! Oh. Ow. Ha, ha, ha. Goddammit, Butter Sleeve! Und stand down! Oh, Slashing Blade of the Ranger, sehr schön. Und wie es weitergeht, liebe YouTube-Freunde, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bleibt auf jeden Fall dran!